Teddy ist verwundet. Hallo. Boah, die Alpha Packs sehen ja auch zu hart aus. Boah, ich hab sogar noch eins. Sucks. Boah, die Alpha Packs sehen schon geil aus. Alter. Ja, dann rein in die rosa Flugzeugmap. Also denkt dran, wir sind die Ja-Sager. Wir können uns Vorschläge um die Ohren schmeißen, wie wir wollen. Alter, wo bin ich hier gelandet? Alter, deine Maske sieht aber auch richtig geil aus. Alter, wie krass das echt das Spielplay verhindert. Geil. Tja, ich würde sagen, wir haben Lust, die erste Runde alle uns an den Teddy wieder zu kuscheln. Geil. Mann, die Hände auch noch. Hey, wer geht denn da weg? Hallo, kuscheln. Ich wollte hier oben raus. Ich hab gekuschelt. Alter, ist's gut. Oh Gott, ich werd angeschlossen. Ab ein. Ich musste mich verteidigen. Ey, mit der Taktik gewinnen wir auch noch. Das ist ja unglaublich. Näh, wenn man die Wände kaputt schließt, kommt da Konfetti draus. Boah, Nate. Oh. Ey, wir werden's nämlich komplett auseinander, ne? Wir finden das, ey. Danke, lieber Teddybär. Du hast gejobbt. Alter. Alter, wie krass ist das denn? Spawnkill. Warte mal, ich darf da mal eine Granache geben. Jetzt so noch zu pliechen, sobald ihr am Flugzeug seid. Mach, geh mal weg. Ja. Autsch. Komm raus. Hab ich Lust, euch zu blenden? Ja, ich... Mich nicht. Boah, ich hab ihn gesehen. Nee, ist nicht geil. Nee, ist nicht geil. Geil. Ey. Noi. Hab ihn. Und das ist nur mit Kriechen. Habt ihr Lust, eine Nummer der Sekundärwache zu spielen? Ja. Kann ich hier zumachen? Nein. Habt ihr Lust, alle kurz nach oben zu kommen? Ja. Und dann dürft ihr wieder runterkommen. Boah, ich seh hier gar nichts. Du musst die Augen machen, wenn du nichts siehst. Komm, ich schieße dir mal die Wand auf. Oh, schon fängst. Sauber. Ja. Oben im Kopf. Oh, das noch einer macht. Das noch einer macht den Gegner. Ja, der Bär tanzt. Der tanzt. Ja, das ist wie... Komm. Der hat sich... Der hat sich... Der hat sich... Hinter die Hand. Der hat sich... Der hat sich... Der hat sich... Der hat sich... Alle gleiche, die Wettp grinder. Fynnix! Ich bin da auch komplett blüßt. Ungefähr. Der hat sich... Hat Lust, alle ins Cockpit zu laufen? Wenn es losgeht... Wer alle Lust ist, hier rauszulaufen. ...und von dieser Kvallobücke hier runterzuspringen. Unter springen... Ja, ich hab mitgenommen, ich hab noch einen Kopf hochgegeben, er wusste auch nicht fliegen, es ist sicherer, wenn du die ganze Zeit das Schild auf deinem Rücken trägst. Was soll er machen? Er kann auch so spielen, als ob es seine Pistole wäre. Geht wohl nicht. Habt ihr nicht Lust, immer wenn ihr schießt oder wenn ihr den Gegner seht, zu pfeifen dabei? Nein. Einfach zu pfeifen. Nein, nein. Habt ihr nicht Lust, alle Tüten zu laufen? Hm, nein, nein, nein. Vergesst nicht zu pfeifen. Das ist der erste Lieg heute. Das ist völlig bescheuert. Du bist auf dem Drogenheil. Teil 2. Wie kommt der Drogen? Ich glaub ich kann ja auch nicht. Ja. Ey, drei, zu weit vorne. Zwei, drei. Wohin ist es los? Die sind einfach ganz schön. Die sind einfach gerade aus dem Tafel. Die sind einfach gerade aus dem Tafel. Das f*** ich. Das f*** ich bei Erster. Oh! Sorry, Mann. Hättest du nicht Lust, hochzukriechen? Jaaa. Aber wie geschmeidig, oder? Wie ne Schlange, Alter. Wie ne Schlange. 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 Wie ne Schlange! Wie ne Schlange. Serious, ey. Ey, du bist hier unterwegs! What the f***. Ich bin nur unter einer Kapkan durchgekrochen und bin ich nicht gut. Schlangenmodus. Der würde nix auf dem Rater genommen. Oh! Oh, Alter! So, dann kommt mal alle Zeug rein. Ja, sicher. Entschuldigung, ich raus. Was du grad? Dein Ernst! Teddy ist verwundet! Hallo! Tschö! Bestimmt noch ein paar Antennen. Ja, ja, eine falsche Kugel und der ist weg von Teddy. Ja, aber von denen auch. Die Fieslinge heißt... Ah! Jawoll! Ja, vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Ich wünsche euch große Einhorn-Grüße. Bis bald!